Musik Jawohl, und beide gehen jetzt natürlich mit Geschoss hier in den Pantrek rein. Ui, der Melis ist super schnell, aber Basile ist auch super schnell. Da habe ich jetzt wirklich keine Ahnung, wer das ich jetzt rennen würde machen. Ja, beide sehr gut unterwegs. Basile geht ein wenig voraus, ziemlich gleichzeitig. Und doch, meine Damen und Herren, riesen Applaus für Basile Weber! Ja, da sind sie drei schnellsten Jungs. Noch mal ganz herzlichen Applaus. Neue Niederberger. Meils Weber um den ersten Platz. Basile Weber. Musik Bier